warum angst haben wenn es auch mit freude und leichtigkeit geht warum sich verkrampfen und verspannen wenn es mit offenheit und spaß geht ich spreche vom auftreten vor anderen vom präsentieren vom öffentlichen sprechen und das wünsche ich mir von dir dass du zu dieser offenheit und gelassenheit zu dieser freude kommt denn es ist auch für dich möglich wie das geht verrate ich dir in meinem workshop schluss mit lampenfieber wie du redeangst und kamerascheu überwindest mein name ist maria starrybacher und ich helfe menschen seit über zehn jahren dabei dieses lampenfieber zu überwinden und mit freude aufzutreten und die botschaft das was du zu sagen hat mit freude in die welt zu tragen ich freue mich auf dich deine maria starrybacher